Vierlinge! Bei der Frau Thaler! So was! Was ist? Die Frau Thaler hat Vierlinge gekriegt! Das ist doch nicht möglich! Die Frau Thaler hat Vierlinge! So ein Pech! So ein Glück! Ja, für wen? Für uns, für uns alle! Vierlinge in Weinegg! Weinegger Vierlinge! Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, nein! Auf diesen vier Säuglingen baue ich die Zukunft von Weinegg auf! Meine Wachauer Vierlinge! Für eure Zukunft sorgt die ganze Gemeinde! Denn ihr seid die Zukunft von Weinegg! Nun, wie schaut das aus? Also Punkt 12 Uhr öffnet sich das Mansardenfenster. Die Vierlinge erscheinen. Ich stehe hinter einem Gebüsch mit einem Vogelpfeifchen und imitiere eine Nachtigallung. Das ist ein Nachtigallung. Nicht einmal ein Griechen, Sie haben wir. Ja, witzig. Zachel, Sie haben ja getrunken. Ja, ich gebe es zu, ein Glas. Ich habe selber mit mir angestoßen. Natürlich habe ich dann das andere Glas auftreten müssen. Man muss zu sich selber doch höflich sein. Ja, das interessiert mich nicht. Ach, lachen Sie nicht. Ja, aber mir gefällt es. Sehr heiter hier. Darf ich die Herrschaften fragen, was das für ein Spektakl ist? Ja, das ist ein Spektakl ist.